Der menschliche Körper ist geschaffen, um sich zu bewegen und die Bewegung dient nicht nur, um uns von Punkt A nach Punkt B zu bringen, sondern auch, um bestimmte Krankheiten vorzubeugen oder das Risiko zu minimieren und natürlich unser Wohlbefinden allgemein zu fördern. Dafür steht uns ein sehr komplexes Bewegungssystem zur Verfügung, das aus Knochen, Gelenken, Muskeln und Sehnen besteht und das leider auch nicht unverwundbar ist. Das heißt, auch bestimmte Erkrankungen greifen unser Bewegungssystem an. Um Menschen, die an einer Erkrankung des Bewegungssystems leiden, zu unterstützen, müssen wir uns als allererstes mit den Pflegebasismaßnahmen befassen, bevor wir dann gezielt auf bestimmte Erkrankungen des Bewegungssystems eingehen können. Also erst kommt der Intro und dann machen wir weiter. Dieses Video wird präsentiert von Dienstzimmer.com, dem Bewertungsportal für Pflegekräfte und von Fürsorgefinder, der App, die anzeigt, welcher Fürsorge-Dienstleiter freie Kapazitäten für Neukunden hat. Hallo an alle Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also wie schon gesagt, heute wollen wir uns mit den Basis pflegerischen Maßnahmen befassen bei den Erkrankungen des Bewegungssystems. Wenn ich gefragt werde, ist das ein wichtiges Thema für das Examen oder mehr für die Praxis, würde ich sagen, es ist beides relevant. Es ist wichtig für das Examen, die pflegerischen Maßnahmen muss man kennen und es ist auch wichtig für die Pflegepraxis, weil das ist unser tägliches Brot, davon leben wir und mit diesem Wissen unterstützen wir natürlich unsere Patienten. Da wir vom Bewegungssystem oder Bewegungsapparat reden, müssen wir sagen, wir betrachten da den ganzen Körper des Menschen. Bedeutet, als allererstes ist die Wahrnehmung und Beobachtung eine der ersten pflegerischen Basismaßnahmen, die wir berücksichtigen müssen. Menschen, die an Erkrankungen des Bewegungssystems leiden, sind meistens mit den folgenden Symptomen konfrontiert. Das heißt, der Schmerz, die Schwellung, die Rötung, dann haben wir die Deformität oder halt die Gangstörung. All das Erwähnte führt meistens zu Einschränkungen und diese Einschränkungen führen zu Pflegeproblemen. Um diese zu minimieren oder kompensieren, müssen wir als allererstes sehr gut beobachten. Obwohl im Lehrbuch die Vitalparameter an erster Stelle stehen, würde ich sagen, unser Fachbereich bestimmt eigentlich die Parameter, die wir als allererstes beobachten müssen. Auf Krankenstationen kann ich das gut verstehen, weil die Ärzte bestimmen, welche Parameter beobachtet werden sollen. In der Altenpflege, also in dem Altenheim oder in der Ambulantenpflege ist es ein bisschen anders. Da ist es ganz wichtig, die Durchblutung, die Sensibilität und die Motorik zu beobachten. Bei der Durchblutung beobachtet man die Hautfarbe der betroffenen Stelle und vergleicht diese mit einer gesunden Stelle. Des Weiteren schaut man nach dem Puls und nach der Hauttemperatur der betroffenen Stelle. Die Motorik sagt viel aus über den Zustand des Betroffenen oder den Zustand einer bestimmten Extremität. Wir beobachten, ob das Heben, das Strecken oder das Beugen eingeschränkt ist. Und wenn ja, wie stark ist es eingeschränkt? Bei der Sensibilität prüft man, ob die betroffene Stelle wahrgenommen wird. Und natürlich, wie wird sie wahrgenommen? Hat er ein normales Gefühl, wenn wir die Extremität oder einen bestimmten Teil anfassen? Oder hat der Betroffene ein taubes Gefühl an dieser Stelle? Zuletzt müssen wir noch die Entzündungszeichen wahrnehmen und oder beobachten. Diese sind die Rötung, die Schwellung, der Schmerz, die Temperaturveränderung und letztendlich der Verlust der Funktion, der Extremität oder einer bestimmten Stelle. Hier knüpft auch die nächste Basismaßnahme an. Das ist das Schmerz- und Medikamentenmanagement. Die Beobachtung der medikamentösen Therapie ist Teil unserer Aufgabe. Hier wird geachtet, hat die Therapie wirklich ihr Ziel erreicht? Hat sie Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen ausgelöst? Wenn wir von Erkrankungen des Bewegungssystems sprechen, müssen wir sagen, dass wir mit Einschränkungen der Bewegung und der Mobilisation rechnen müssen. Je nach Einschränkung benötigt der eine mehr, der andere weniger Unterstützung bei unterschiedlichen Aktivitäten und natürlich auch bei der Körperpflege. Eine Ruhestellung der betroffenen Extremität oder des ganzen Patienten sollte gezielt und auf bestimmte Zeit gemacht werden, also vom Arzt bestimmt werden, nicht vom Patienten selber oder von der Pflegekraft. Bewegungsübungen sind ein sehr wichtiges Hilfsmittel, das gezielt eingesetzt werden muss. Hier reden wir von passiven und aktiven Bewegungsübungen, die entweder durch eine Pflegekraft durchgeführt werden mit Unterstützung einer Pflegekraft oder vom Patienten selbst mit Anleitung einer Pflegekraft. Das alles wird natürlich von einem behandelnden Arzt festgelegt und mit der Zusammenarbeit eines Physiotherapeuten in die Praxis umgesetzt. Wie schon vorhin erwähnt, die Körperpflege kann bei solchen Patienten stark oder leicht beeinflusst sein. Das heißt, wir müssen hier die Unterstützung dem Patienten und seinen Leiden anpassen. Das Ziel ist immer die Bewegung und die Selbstständigkeit aufrecht zu erhalten oder wiederherzustellen, so schnell es geht. Die Prophylaxen sind natürlich immer ein Teil der Basismaßnahmen. Das bedeutet, dass die Dekubitusprophylaxe, die Thromboseprophylaxe, die Sturzprophylaxe und die Obstipationsprophylaxe regelmäßig angewendet werden müssen. Für mich war es sehr überraschend, dass die Kontrakturprophylaxe im Lehrbuch gar nicht erwähnt wird. Ich persönlich meine, dass die Kontrakturprophylaxe hier sehr wichtig ist, damit halt die bestimmte Extremität, wenn eine Extremität nur eine betroffen ist, auch keine Kontraktur entwickelt. Deswegen haben wir vorhin auch die Bewegungsübungen erwähnt. Bei Schmerzpatienten, die eine Schonatmung haben, muss auch eine Pneumonieprophylaxe angewendet werden. Jede Erkrankung hat auch eine psychische Belastung für den Menschen. Deswegen müssen Pflegekräfte auch die psychosoziale Betreuung des Patienten übernehmen. Bedeutet, Gespräche mit ihm führen und versuchen, ihm die Situation zu erklären und das Beste daraus zu machen. Zuletzt kann man auch viel mit Informieren, Beraten, Schulen und Anleiten erreichen. Bedeutet, bestimmte Hilfsmittel vorstellen oder auch, wie schon erwähnt, Übungen, die der Patient selbstständig durchführen kann. Eventuell eine Beratung zur Ernährung, falls diese ein Problem ist. Flüssigkeitszufuhr, Positionswechsel und so weiter und so weiter. Hier ist es natürlich sehr, sehr wichtig, die Compliance des Patienten mit zu berücksichtigen. Bedeutet, hat er eine hohe Compliance, will er viel mitmachen, ist er offen für diese Vorschläge, für die Schulungen und so weiter, kann man das anwenden. Ist die Compliance des Patienten mehr zurückhaltend und abweisend, bedeutet, man kann ihn nicht zwingen und man erreicht mit solchen Versuchen eigentlich das Gegenteil. Nun, das ist alles zum heutigen Thema. Ich hoffe, das Video wird nutzbar sein, wenn ihr euch für eine Klausur oder ein Fachgespräch vorbereitet oder letztendlich einfach das Wissen erfrischen wollt. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch hinterlassen, so unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Unter dem Video in der Beschreibung befinden sich die Quellen zu diesem Thema und unten drunter sind Kommentare. Bitte nutzt diese für Vorschläge für kommende Themen oder Ergänzungen zu diesem Thema. Wenn euch der Kanal gefällt, ihr es noch nicht gemacht habt, bitte einmal abonnieren. Es ist völlig kostenlos und unverbindlich und jedes Mal, wenn ein neues Video erscheint, kriegt ihr eine Benachrichtigung. Bitte teilt das Video weiter, damit auch andere davon einen Nutzen haben. Egal wo ihr seid, auf welcher Plattform es ist, herzlich willkommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit, bis zum nächsten Video auf dem Pflegeknall. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020